Postbote. Das machen wir mal. Ja, schönen guten Tag. Ja, die Erbse hier. Also Asterix Erbse. Sie suchen ein Postbote. Erfahrungen in dem Beruf? Ja, habe ich gehabt. Ja. Achso, welche Erfahrung? Ja. Also ich habe mal Pakete ausgeliefert. Ja. 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 Was für ein Fahrzeug kriege ich denn? Achso, ein Transporter. Geht nicht was Sportlicheres? So ein Ferrari oder so? Nee, geht nicht. Und habe ich auch einen Träger? Sie wissen nicht, was ein Träger ist. Also einer, der die Pakete dann ins Haus bringt. Das muss ich selber machen? Also ich glaube, nee, das wird nichts. Das ist mir zu viel Arbeit. Sorry.